Klaus Zimmermann, ich bin gelernter Biologe und seit vielen Jahren leite ich die Fachberatung in der Innatura in Dornbirn. Die Fachberatung ist etwas sehr Spezielles, etwas Einzigartiges. Es gibt kein Museum in Österreich und auch kaum eines im ganzen deutschsprachigen Raum, das eine hauptamtliche Fachberatungsstelle hat. Beantwortet werden Fragen zu Pflanzen, Tieren, Pilzen, also quer durch die ganze Biologie und es soll keine Frage unbeantwortet bleiben. Das ist das große Ziel. Wir bearbeiten circa 3500 Anfragen pro Jahr. Die Beratungen sind kostenlos, die gehören sozusagen zum Service des Hauses. Wir freuen uns auch jederzeit über Beobachtungsmeldungen diverser Pflanzen- und Tierarten. Die Innatura verfügt über eine Verbreitungsdatenbank, wo genau diese Meldungen eingetragen werden und diese wiederum bilden dann eine wertvolle Basis für weitere wissenschaftliche Untersuchungen. Die Anfragenden können sich im Normalfall per Telefon, per Mail oder über Social Media bei uns melden. Persönliche Beratungen sind nur nach Voranmeldung möglich.